Biontech ist aktuell eine sehr gefragte Aktie, die schon wieder 50% im Kurs verloren hat. Wir schauen uns jetzt mal die Aktienanalyse an. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Wir schauen uns jetzt mal die Biontech Aktie an. 170% Kursgewinn im letzten Jahr, allerdings waren sie hier bei einem Hoch von 371 Euro, sind jetzt wieder gefallen um 43%. Es ging also zuletzt etwas bergab bei Biontech. Das KGV für 2021 beträgt laut Schätzungen 6, also ein sehr geringes KGV. Die ganzen Bewertungen hier sind gut, gutes Wachstum, Profitabilität, natürlich durch den Corona-Impfstoff. Auch hier gibt es natürlich jetzt die ganze Zeit News zu der Aktie. Sie ist sehr beliebt, sie wird sehr viel nachgefragt und da wollte ich mir sie einfach mal etwas genauer anschauen. Die letzten News, es gibt wie gesagt hier täglich News dazu. Es ist jetzt die Booster-Impfung zugelassen worden, die EMA genehmigt Auffrischungsimpfung mit Biontech. Es gibt jetzt eine sogenannte Corona-Pille von Merck, quasi zur Behandlung von Corona. Und es gibt hier noch die News nächstes Jahr, womöglich Impfstoff-Anpassungen möglich. Also hier gibt es täglich neue Nachrichten. Biontech wird hier bei Morningstar mit nur zwei Sternen bewertet von fünf möglichen. Die sehen den Fair Value bei 177 US-Dollar. Biontech ist ja an der Nasdaq gelistet. Sie haben sich damals gegen Deutschland entschieden zum Aktienlisting. Sie haben die USA gewählt. Aktuell hier also 250 Dollar. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen genauer die Aktie anschauen. Da starten wir vielleicht mal hier mit dem Geschäftsbericht 2020. Und was da interessant ist, ist natürlich hier der Überblick. Also Hauptsitz in Mainz. Sie haben verschiedene Standorte. Sie bauen auch einen Produktionsstandort aus. Haben ungefähr 2000 Mitarbeiter. Und sie haben jetzt aktuell 15 MRNA-Produkte in der Pipeline aktuell Geld verdient. Wird natürlich mit dem Impfstoff. Es gibt eine Verwässerung bei der Aktie. Das sehen wir gleich nochmal im Detail. Denn der CEO, der hat hier Aktienoptionen in Höhe von 16 Millionen. Allein in 2020 und in 2019 von 7 Millionen. Also hier wird nicht nur durch Festgehalt profitiert. Sondern es gibt eine anteilsbasierte Vergütung über Aktienoptionen. Schauen wir hier mal noch in den aktuellen Bericht vom Oktober 2021. Als allgemeine Firmeninformationen. Und wie schon erwähnt, sie machen aktuell ihren Cashflow. Und sie verdienen ihr Geld mit dem Covid-19-Vaccine. Das ist ja die bekannte BioNTech-Pfizer-Impfung. Die vielleicht schon viele von euch bekommen haben. Dort haben sie ja ein Joint-Venture quasi oder eine Kooperation eher. Kein Joint-Venture, eine Kooperation mit Pfizer. Wo sie sich auch 50-50 die Umsätze teilen. Sie sagen natürlich, die MRNA-Technologie hat hier riesen Potenzial, in den nächsten Jahren weitere Produkte herauszubringen. Also heute haben sie den Impfstoff. Sie reden hier über Tomorrow und the Future. Möglicherweise Krebs, Impfung, was gegen Allergien, Autoimmunerkrankungen. Das sind natürlich ganz große Themen, die ein Riesenpotenzial für die Menschheit haben. Und auch natürlich, um dann damit Umsatz zu machen. Genauso hier HIV und Tuberkulose und weitere Themen. Wir sehen hier mal die Zusammenarbeiten. Also hier mit Pfizer, wo sie sich 50-50 den Umsatz teilen. Beim Thema HIV als Pre-Clinic Collaborations mit der Bill & Melinda Gates Stiftung, die ja auch sehr viel Geld zur Verfügung hat. Also sie haben hier sehr große und bekannte Sanofi hier zum Beispiel Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Insgesamt also 15 Produktkandidaten, die gerade hier in klinischen Tests sind. Die meisten sind hier in Phase 1, einige sind schon in Phase 2. Das sind also sehr interessante Themen. Ich muss hier zugeben, um sich hier natürlich jetzt intensiv einzuarbeiten in die ganzen Themen, würde ich mal sagen, muss man nicht nur hier mehrere hundert Seiten Präsentationen lesen, sondern wahrscheinlich auch vieles in dem Bereich studiert haben. Darauf kann ich hier nicht eingehen. Man sieht aber schon, dass sie sich dort für die Zukunft sehr viele Themen vorgenommen haben und das natürlich Sachen sind, die erstmal generell sehr interessant klingen. Ansonsten ist jetzt das Ziel, in 2021 3 Milliarden Impfdosen herzustellen von der Kapazität mit Pfizer zusammen und anderen Partnern und das im nächsten Jahr 2022 auf 4 Milliarden zu erhöhen. Und sie haben eben aktuell zwei Produktionsstandorte und sie bauen hier noch einen weiteren in Mainz, der 2022, 2023 fertig sein soll, um dort mehr Impfdosen produzieren zu können. Wenn wir jetzt noch den letzten Bericht zum zweiten Quartal 2021 schauen, vom 9. August, hier nochmal ein wichtiger Punkt. In den letzten sechs Monaten im Jahr 2021 also Gesamtumsatz 7,3 Millionen und das ist zum großen Teil, nämlich davon 7,28 Millionen in Verbindung mit dem Covid-19 Impfstoff. Other Sales betragen hier nur 26 Millionen. Das heißt aktuell verdient Biontech nur Geld oder macht Umsatz mit dem aktuellen Covid-19 Impfstoff. Andere Produkte tragen aktuell nichts zum Umsatz bei, weil die Produkte nicht markreif sind. Das haben wir ja vor uns gesehen. Die sind meistens noch in der Phase 1 oder Phase 2 Studie. Schauen wir jetzt hier mal noch ein bisschen auf die Aktie und auf die Zahlen. Also wie schon erwähnt, das KGV in 2021 wird ungefähr sechs betragen, sehr niedrig. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 62 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir jetzt natürlich hier in die Entwicklung schauen, ist es jetzt klar, in der kurzen Zeit, dass sich hier die Umsätze stark erhöht haben. In den letzten zwölf Monaten also 9 Milliarden. Das wird dieses Jahr noch weiter steigen. Hier ein reiner Gewinn von 4,8 Milliarden, das ist natürlich sehr stark, über 50 Prozent. Wenn wir hier in die Bilanz schauen und auch daran denken, dass das Unternehmen mit 62 Milliarden bewertet ist, dann ist das natürlich eine sehr ordentliche Bilanz. Wenn wir einfach mal auf die Total Liabilities schauen, 4,4 Milliarden. Total Equity 6,5 ist natürlich klar. Der ganze Gewinn jetzt in letzter Zeit durch den Impfstoff geht hier komplett ins Eigenkapital. Schulden wurden zwar auch erhöht, aber hier gibt es natürlich überhaupt kein Thema Richtung Liquidität oder ähnliches. Wenn wir jetzt hier mal in den Cashflow schauen, gibt es vielleicht eine kleine Überraschung. Denn in den letzten zwölf Monaten ist der Cash from Operations leicht negativ mit minus 400 Millionen. Das liegt daran, dass Sie hier eben für viele der Impfstoffverkäufe oder andere Lizenzeinnahmen noch gar kein Geld gesehen haben, sondern dass alles gebucht ist in den Accounts Receivables. Das ist nicht Cash wirksam. Deswegen hier also der Free Cashflow aktuell noch negativ. Das wird sich dann natürlich in nächster Zeit ändern. Wenn wir uns jetzt fragen, wie hier Biontech die nächsten Jahre sich entwickeln wird, und das ist natürlich die spannende Frage, dann habe ich mich hier an den Schätzungen orientiert. Wir sehen hier mal die Schätzungen der Earnings per Share über die nächsten Jahre bis 2030. Aktuell für dieses und für nächstes Jahr gibt es hier zwölf Analysten, die Schätzungen abgegeben haben. Bis 2030 bleiben dann noch zwei übrig. Wir sehen aber bei den Earnings per Share, dass die auch im nächsten Jahr noch sehr hoch sind mit ungefähr 44 US-Dollar pro Aktie. Und danach sinken und dann relativ konstant sich hier einpendeln zwischen 12 und hier 18 US-Dollar pro Aktie. Das KGV zum aktuellen Kurs wird damit natürlich dann schlechter. Das können wir hier schon sehen. Geht bis auf 20 zurück. Passend dazu natürlich das Gleiche für den Umsatz. Also hier jetzt dieses Jahr Umsatzschätzung 20 Milliarden, nächstes Jahr 20 Milliarden US-Dollar. Und dann geht es weiter zurück hier bis auf 5 bis 7 Milliarden US-Dollar gegen Ende des Jahrzehnts. Das sind natürlich Schätzungen. Es kommt darauf an, was in der Pipeline erfolgreich wird, was marktreif wird, was in großer Menge und vielleicht auch zu einem guten Preis verkauft werden kann. Das ist hier die absolute Ungewissheit für mich und eigentlich für alle ernsthaften Investoren bei Biontech. Man kann natürlich sagen, von 15 in der Pipeline kommen vielleicht zwei, drei oder vier oder sogar mehr zur Marktreife. Können dann verkauft werden. Und ich denke, darauf basieren hier auch die Schätzungen. Zum Thema mRNA muss man noch sagen, dass es hier natürlich Biontech unter anderem wie auch Moderna geschafft hat, einfach ein marktreifes Produkt zu entwickeln, mit Pfizer gemeinsam zu produzieren. Hier gibt es einen Artikel von Nature. Dort ist auch nochmal aussichtlich, dass dieses ganze Thema mRNA-Forschung hier in den 60er Jahren schon begonnen hat. Dann gab es verschiedene Meilensteine. Das heißt, Biontech hat natürlich jetzt nicht das ganze Verfahren in dem Sinne erfunden, sondern es gibt hier noch andere. Wir sehen hier auch schon Curvac founded, Moderna founded. Es gibt natürlich mehrere Firmen, die hier noch mit dran arbeiten, aktuell auch Impfstoffe auf dem Markt haben. Dazu passend hier mal eine Liste. Die Top 21 mRNA Startups. Hier haben wir Moderna, hier ist Biontech, CureVac, also auch bekannte Namen. Wenn wir hier mal weiterschauen, kommen dann vielleicht weniger bekannte. Aber das ist natürlich eine Technologie. Und Pfizer hatte das ja vor Längerem auch schon angekündigt, dass sie hier eigenständig ohne Biontech weiter an diesem Thema arbeiten. Und die sind natürlich auch sehr finanzstark. Wenn wir mal schauen, die größten Pharma-Firmen, dann finden wir hier auf der Seite Companies Market Cap 382 mit einer insgesamt Marktkapitalisierung von fast 5 Billionen US-Dollar. Ihr seht ja die bekannten Namen Johnson & Johnson. Hier allein mal die Market Cap absteigend sortiert. Dann haben wir hier natürlich Pfizer, Merck, AbbVie, AstraZeneca, die ganzen Bekannten. Und dann kommt hier weiter unten an Platz 24 von der Marktkapitalisierung Biontech. Also sie sind hier natürlich bei weitem nicht die Einzigen, die dieses Feld bearbeiten. Jetzt kommen wir hier mal zu meiner Bewertung. Und da muss ich sagen, ich habe hier auch noch ein Szenario bis 2025. Das schauen wir uns gleich an. Jetzt mal zu den aktuellen Zahlen der letzten 12 Monate. Also hier der Umsatz haben wir schon gesehen. 9 Milliarden, sehr guter Gewinn, Eigenkapital, Fremdkapital, alles in Ordnung. Aktuell kein positiver Free Cash Flow, wobei wir wissen, woher das kommt. Weil das nämlich in den Accounts Receiveables gebucht ist, Börsenwert 62 Milliarden. Die Eigenkapitalquote mit 60 Prozent ist sehr gut. Wer hier übrigens meine Bewertung noch nicht gesehen hat, ich habe hier also verschiedene Kriterien. Und dann gibt es zum Beispiel hier für eine 60-prozentige Eigenkapitalquote zwei Punkte, weil das im Bereich von 75 bis 50 Prozent liegt. Dafür gibt es hier zwei Punkte. Free Cash Flow zu Fremdkapital ist natürlich hier noch negativ. Geschäftsentwicklung würde ich als sehr gut betrachten. Von Zukunftsaussichten gut bis sehr gut. Sie haben jetzt in den letzten zwölf Monaten ein KGV von 12. Wir sehen gleich, und das wissen wir schon, dass es natürlich in diesem Jahr 2021 bei 6 liegen wird. Ansonsten hier mal so kommen Sie fürs Unternehmen auf 10 Punkte, für die Aktie auf 4. Macht nur 14 insgesamt. Wir sehen dann hier gleich mal noch, wer hier mein Vergleichsunternehmen ist. Aber vorher schauen wir hier mal, und das ist ja interessant, in mein Szenario bis 2025. Und da ist es so, ich habe mich also hier an den Earnings per Share orientiert von Seeking Alpha. Das sind die Schätzungen der Analysten. Und um dann vom Earnings per Share auf den Gewinn zu kommen, habe ich mich eben hier an den aktuell 243 Millionen Aktien orientiert. Da ist es übrigens noch erwähnenswert, dass es hier eben, wie schon gesagt, eine Verwässerung der Aktien gibt durch die Aktienoptionen. Wir können das hier mal sehen. Das ist jetzt schon relativ konstant. Es gab ja also 2017 167 Millionen Aktien. Jetzt gibt es die 243. Wenn das natürlich weitergeht mit der Verwässerung, dann ist natürlich der Earnings per Share auch zwar in gleicher Höhe, aber der Gesamtgewinn geringer. Das kommt dann darauf an, wie man es rechnet. Ich bin jetzt aber hier mal der Einfachheit halber auch davon ausgegangen, dass die Aktien einzahen bleibt. Und das sehen wir beim Gewinn. Dieses Jahr kommen wir dann auf 10 Millionen. Das macht hier das KGV von 6. Dann 2022 nochmal 11 Millionen. Und dann wird es vermutlich, und das schätzen eben die Analysten, schon sinken. Wenn ich mir jetzt natürlich den ganzen Gewinn hier ins Eigenkapital buche, dann habe ich hier 2025 89 Prozent Eigenkapitalquote, insofern kein Fremdkapital weiterhin aufgenommen wird. Das wäre natürlich sehr gut. Und wenn ich mal sage, irgendwann der Free Cash Flow ist hier so im Bereich des Gewinns plus 25 Prozent, dann hätte ich hier dann aber auch 2025 Free Cash Flow zu Fremdkapital von 120 Prozent. Das heißt, Biontech würde dann im Jahr mehr Free Cash Flow verdienen, als sie Schulden haben. Also dort wirklich überhaupt kein Thema. Das KGV verändert sich dann, geht dann vielleicht schon Richtung 20. Das kommt eben darauf an, wie es in der Pipeline genau weiterläuft. Und wenn Sie hier mal hypothetisch eine Dividende von 2 Milliarden zahlen würden, zur aktuellen Börsenwert, dann wäre das eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Damit hätten Sie immer noch über 50 Prozent des Free Cash Flows übrig. Das nur mal so als Szenario. Was hier jetzt einfach als Bottomline rauskommt, ist, dass die aktuell 14 Punkte für die letzten 12 Monate eigentlich zu niedrig sind. Wir sind dann hier eher im Bereich von über 20 Punkten. Das Unternehmen bekommt hier teilweise 13, hier sogar 14 Punkte im nächsten Jahr. Das ist wirklich eine sehr hohe Bewertung, beziehungsweise eine attraktive Bewertung. Die entscheidende Frage ist hier natürlich, inwieweit dort die Produkte, die in der Pipeline sind, wirklich dann marktreif werden und verkauft werden können. Und dazu schauen wir uns jetzt hier nochmal meinen Vergleich ein. Und das ist nämlich Pfizer, die habe ich auch im Portfolio. Die kommen hier auf 17 Punkte aktuell. Auch nicht alles sehr grün, aber ein solides Unternehmen, was natürlich nicht nur auf den Impfstoff oder auf mRNA-Produkte angewiesen ist, die heute schon sehr gutes Geld verdienen, das die letzten Jahre gemacht haben. Zu Biontech jetzt nochmal die Pro-Argumente. mRNA generell hat ein sehr großes Potenzial. Biontech hat dort eine sehr gute Position. Gewinn und Cashflow sind bis 2023 gesichert. Einfach durch den Covid-19-Impfstoff. Die vermutlichen Anpassungen, die Booster-Impfungen, die kommen. Sie haben kaum Schulden, beziehungsweise spielen die keine Rolle. Auf der Kontraseite aktuell machen sie 99% des Umsatzes mit dem Covid-19-Impfstoff. Es gibt kein weiteres Produkt, was sie hier in Größenordnungen verkaufen können. Das Potenzial der Pipeline einzuschätzen ist natürlich schwer, beziehungsweise sehr schwer. Das ist ein bisschen dann eine Wette, dass das funktioniert. Weiterhin auf der Kontraseite, sie haben natürlich eine sehr potente Konkurrenz. Das haben wir vorhin schon gesehen, allein an der Marktkapitalisierung. Johnson & Johnson fast zehnmal so schwer an der Börse. Pfizer, wir sehen es hier, 241 Milliarden Börsenwert. Also die haben Geld, um dort auch weiter zu forschen und zu investieren. Und die Verwässerung der Aktien ist auch ein Kontrapunkt. Wenn ich das jetzt hier nochmal klassisch zusammenfasse, das Unternehmen hat also hohes Potenzial mit MRNA. Das Umsatzpotenzial ist ehrlich gesagt für mich nicht abschätzbar in den nächsten Jahren. Die Aktie hat aktuell mit 6 für dieses Jahr natürlich ein sehr attraktives KGV. Aber wie sieht das in fünf Jahren aus? Wie sieht das in zehn Jahren aus? Das ist hier natürlich die Frage. Für mich als Value-Investor ist hier Biontech interessant. Es wäre vielleicht eine Wette, es wäre eine Spekulation. Für mich aber hier Regel Nummer eins von Buffett im Value-Investing, kein Geld verlieren. Hier bin ich jetzt nicht sicher, wie sich das weiterentwickelt. Und die Marktkapitalisierung ist eben mit 62 Milliarden jetzt nicht ganz ohne. Daher ist das eine interessante Aktie, die sich noch deutlich besser entwickeln kann. Oder auch nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sehe hier auch für mich keine Margin of Safety. Deswegen ist es für mich kein Investment. Ich hatte übrigens auf meinem YouTube-Kanal gefragt, was denkt ihr, wie viel wird Biontech wert sein 2030? Da haben knapp 50% gesagt, weniger als 50 Milliarden US-Dollar, also weniger als der heutige Preis. Wir werden dann sehen, wie sich das genau entwickelt in der Zukunft. Und ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick geben, wie ich jetzt Biontech bewerten würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.